Auf, auf! Oh, verdammt! Was? Ah, die sind alle so leicht überzogen und... Ah, das ist ja ein mieses Latt. Hä? Ihr wollt mich doch wohl verarschen. Boah, was ist das denn? Hm... So... Ich weiß... Ach, kacke, ich hab gedacht, man könnte jetzt hoch. Das schien nicht so zu sein. Ich hab tatsächlich gedacht, die Level würden schwieriger, aber irgendwie... hm. Teilweise werden sie sogar wieder einfacher. Was? Ach, nein! Ach... 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 So viel dazu, dass es hier einfacher wird. Ja... Und verloren. Ich... sociaux... Also ... Coal... Onk... 国... Und noch einmal, weil es so schön war. Ich habe das richtig genossen. Ach, komm schon. Ja klar, jetzt bleibe ich an diesem verkackten Rohr hängen. Es ist sowas von typisch. Das kann aber auch nicht... Ja, natürlich. Und noch einmal. Ach. Man muss sich hier schon ein bisschen beeilen. So ist es ja nicht. Und gleich noch einmal neu laden. Wird möglicherweise auch der Pegel ein bisschen zurückgesetzt. Ja. Hm. Was? Okay. Ja, egal. Und noch einmal. Los, vorwärts, kriech! Kriech, du Wurm! Okay, das schaffe ich nicht mehr. Ja, schön. Und schon wieder. Hessel ist Blark da drüben. Ach komm. Will nicht. Ich glaube, da komme ich so gar nicht lang. Ich glaube, ich muss wirklich anders rumlaufen. Wäre mal eine Idee. Banke. Mann! Was ist es für einayser? Wo ist es für eine Idee? Alles? Nein! Nein! Ach, verdammt! Lauf, 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 lauf! MENU! AHHHHH! Ach, ernsthaft? Ein Kampf gegen die Zeit! Ein Zombie gegen die Zeit! Wunderbar! Das epische Abenteuer des Zombies! Und sein verdammter Versuch überhaupt mit irgendwas auf die Kette zu kriegen! Nein! Ach, komm schon! Nein! Nein! Okay, der hat mich eigentlich komplett einmal durchsägt, aber es ist nur der Arm gewesen! Auch nicht weiter schlimm! Na komm! Höher! Höher! Ja! Wunderbar! 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 Ah! Fuck! Das ist mal wieder hier so ein Level, wo man sich denkt, ach das ist ja total einfach! Und dann kommt so eine Scheiße dabei rum! Hä? Das ist doch wohl nicht wahr, oder? Und noch einmal! Das Spiel verzeiht einem echt keinen einzigen Fehler! Und wenn man keinen Fehler macht, dann erzeugt es einen! Ah! Nein! Ah! Fuck! Ah, da oben war wieder ein Checkpoint. Es wäre auch zu schön gewesen. Es wäre zu schön gewesen. Okay, das war nicht richtig. Ich hätte ja sein können, dass ich mich da in die Zahnräder reinschießen muss. Das war zu hoch. Ich versuche jetzt gerade einmal da drüben die... Die beiden... Ah, komm! Hallo? Nee, oder? Jetzt will er mich hier nicht mehr in die Kanone reinlassen. Ach, jetzt. Ah, jetzt. Ah, jetzt niedrig. Oh, schade. Hätte ja funktionieren können. Jetzt fehlen aber immer noch fünf. Ja, ist ja gut. Sehr gut, sehr gut. Okay, wo muss ich denn hin? Ah, da oben hin. Okay, jetzt muss ich also irgendwo noch fünf auftreiben, um Level 19 freizuschalten. Gut, tschüss. Tschüss.